Wir testen jetzt hier mal die elektronische Benzinpumpe. Erstmal Zündung an, vorpumpen und dann ist er da. So hier zeige ich jetzt noch mal den Einbau der elektrischen Benzinpumpe. Also der Sprit kommt aus der Leitung vom Tank, geht hier über diesen Filter direkt erstmal in die Pumpe rein, geht dann aus dem oberen Stutzen wieder raus und fließt dann erstmal direkt in die normale mechanische Benzinpumpe. Die sieht man da und von dort geht es dann weiter hier oben in den Vergaser.